ja servus leute mein name ist mtc und willkommen mal wieder zu einem neuen themen talk video hier auf meinem kanal ja wisst ihr was ich ätzend finde wc reiniger wisst ihr was ich aber noch ätzender finde als wc reiniger wenn nachbarn einfach stören aber wisst ihr was ich am ätzendsten finde dass mich leute nicht abonniert haben und nicht die glocke aktiviert haben und wenn ich auf twitter folgen instagram und facebook und vor allem nicht dem discord server beitreten ja das finde ich richtig ätzend macht das auf jeden fall folgt mir gerne auf twitter instagram facebook und co kommt gerne auf den discord server lass uns da quatschen aktiviert die glocke ja dann finde ich das ganze nicht mehr ätzend wenn ich diesen spruch wollte schon immer bringen dieses wissen was ich ätzend finde was der pc reiniger total dumm und flach dieser witz naja jetzt habe ich gesagt werbung am anfang machen und sich damit unsympathisch machen check ja heutiges thema was ist mein heutiges thema zweiter ansatz hier man kennt mein heutiges thema ist familienplanung gründerwunsch und dass ich halt keine kinderwunsch habe so was wie zukunftsplanung familienplanung irgendwie so was wird sein wie komme ich auf dieses thema ich habe dieses thema schon so seit jahren eigentlich so ein bisschen im hinterkopf behalten und hat mir gedacht ja irgendwann werde ich das thema mal ansprechen auf youtube und wie gesagt wie komme ich auf dieses thema im privaten umfeld gibt es sehr viele leute die sind dann so alt wie ich ungefähr also ich bin jetzt 25 werde dieses jahr ende des jahres 26 viele sagen mitte 20 das ist noch kein alter da kannst du sowas nicht sagen dass du da keine kinderwunsch hast dass du da schon die zukunft total unter kontrolle das kannst du gar nicht sagen muss jeder für sich selbst wissen im privaten umfeld gibt es sehr viele leute die sind zu meinem alter und die sagen tja im tier oder in dem fall halt einfach dann sagen sie mir eyo sag niemals nie ich habe auch immer nie gesagt und ja jetzt ist es einfach passiert das große aber was hier bei dieser stelle rauskommt ist dass ich nicht diese leute bin dass diese leute das nicht geplant haben ich plane es ja so eben dass es nicht passiert zudem werde ich halt dann im laufe des videos kommen so so kleine side facts fun facts keine ahnung wie man das auch immer auf youtube nennt auf jeden fall werde ich ja ein paar dinge erzählen so über alte beziehungen wie ich es halt damals gemacht habe ist aber auch ein anderes thema was ich aber auch thematisieren werde im laufe des videos natürlich ja auf jeden fall habe ich immer wieder im laufe der zeit diskussionen mit diesen leuten weil sie dann sagen tja wie wann ist es endlich bei dir so weit ich meine du gehst so langsam auf die 30 zu und hast keine kinder und irgendwie so beziehungstechnisch läuft da bei dir nicht wirklich viel und wenn dann halt immer nur für ein zwei jahre so was ist da los und immer wieder muss ich mich erklären ich meine ich muss mich nicht erklären ich mache es aber trotzdem weil ich dieses ganze tja sagen niemals nie ding extrem hasse klar man kann natürlich niemals nie sagen kann ja es sei dass ich irgendwann mit 40 mal eine frau komme wo es dann wirklich passt und ich meine ich würde mit 40 wahrscheinlich kein kind in die welt setzen wenn das kind dann irgendwie erwachsen ist dann bin ich schon fast tot vielleicht bin ich da schon tot i don't know auf jeden fall will ich heute ein bisschen auf diese thematik eingehen also nicht das sollte sagen was ist los bei dir sondern halt auf das thema kinderwunsch beziehungsweise dass ich halt keinen habe oder warum ich keinen habe ihr müsst euch so vorstellen damals als ich 17 18 war hatte ich eine freundin also meine erste freundin keine ahnung ob ich schon erwähnt habe ich denke einfach mal schon bei knapp 400 real talks themen talks dass sowas sicherlich schon mindestens einmal gefallen ist auf jeden fall war ich da noch so ein richtiger junger kerl so ein grünschnabel diesbezüglich ich hatte noch das gefühl ab irgendwann heiraten beide familien einladen so richtig so voll fett essen zubereiten oder zubereiten lassen mit total viel musikstimmung und 100 leute in der bude wo du dann dich triffst und total so ein tanz aufführst so so filmmäßig halt einfach ich war noch in dieser ja das leben muss wie ein film sein ding drinne in dieser bubble halt drinne und habe auch immer gesagt okay und wenn ich dann irgendwann einen kinderwunsch habe dann soll es was soll es eins bis zwei kinder werden so und die nenne ich dann so und so und da mache ich dann das und das für das kind und hin und her und und kauft dem tausende spielsachen spiel mit dem kind halt je nachdem was es halt wird und so und hatte da meine klaren vorstellungen ich war zu dem zeitpunkt also 17 18 war schon leicht depressiv aber es war ein anderes level als heute ich war noch so ein bisschen lebensperjahender und ein bisschen aufgeschlossener was das leben betrifft das ding ist aber und da stimmen mir vielleicht ein paar leute zu je mehr beziehungen du hast beziehungsweise mehr erfahrungen du gesammelt hast über freundschaften beziehungen generell das leben wie es abläuft über gesetze finanzielle sachen gesundheitliche sachen desto mehr kommst du halt an einen punkt also das sind ja alles erfahrungen da kann ich nur noch mein damaliges video zitieren von vor ein paar wochen von wegen ist man mit 17 reif genug um schwanger zu sein irgendwie sowas da kann ich nur dieses video zitieren in dem moment erfahrungen hast du nicht einfach fährst auch später so also in dem schon von von jetzt auf später schon wenn man diese später in einer anderen zeitspanne sieht das ding ist weil ich damit sagen will diese erfahrungen kommen mit der zeit mit den jahren mit den erfahrungen sehr also ja die erfahrungen kommen mit den erfahrungen weisheiten mit mt man kennt die erfahrungen kommen mit den eindrücken ist irgendwie fast dasselbe aber wisst ihr was ich meine und der punkt ist dass durch diese ganzen beziehungs niederschläge die freundschaften dass man daran wächst oder halt auch nicht wächst keine ahnung wie es wie es sagen soll das ding ist auf was ich hinaus will damals hat einfach eine viel andere oder eine viel harmlosere einstellung zu dem ganzen nacht so ja klar warum nicht die erste freundin man bleibt vielleicht für immer und ewig zusammen es passt doch wir sind sowieso besser als die anderen bla 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 der ganze schnick schnack habe 10.000 songs gefühlt für die dame geschrieben der ganze scheiß ist noch auf youtube zu finden so ist ja auch alles okay jeder macht man das durch ne erste liebe erste trennung bla 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 liebeskummer der ganze der ganze quatsch das alles menschlich und so das ding ist ich hatte zu dem zeitpunkt halt einfach eine andere wie soll ich sagen eine andere einschätzung von dem ganzen so ich dachte halt ja klar man macht halt eine ausbildung fertig geht ein bisschen arbeiten macht karriere ein bisschen und dann mit mit mitte zwanzig habe ich halt damals vor sieben acht jahren gedacht ja mit zwanzig so wenn ich noch immer mit ihr zusammen bin kann man über familienplanung nachdenken vielleicht auch heiraten so und es wird alles top und so und irgendwann spart man dann auf eine schöne gemeinsame wohnung und richtet die schön ein und der ganze der ganze blödsinn sorry dass ich jetzt den ein oder anderen leuten den wind aus dem segel nehme sowas kann klappen sowas kann funktionieren blablabla ich weiß gibt es alles aber in meinem fall hat es halt nicht so gepasst und irgendwann war ich dann mit der dame nicht mehr zusammen man hat sich auseinander gelebt man hat sich dann getrennt und ja tschüss auf wiedersehen kontakt abbruch bis heute noch ist halt nun mal menschlich so ob man das jetzt mal mögt ob man sowas jetzt gut findet mögt oder nicht mögt oder was auch immer egal ignorieren wir das einfach mal auf was ich aber hinaus will in dem punkt ist diese diese erfahrungsberichte haben mich ja in dem moment geprägt wie es bei vielen leuten ist und ich muss sagen von beziehung zu beziehung wurde mir klarer nein jetzt will ich gar nicht so jetzt kommen wir mal zu den gründen warum ich es nicht will der grund ist nicht ja die beziehung funktioniert nicht ja war was soll ich dann mit einer zusammen sein das ding ist ich habe als oder moral auffassung muss ich euch vorstellen das fühle ich so das fühlen andere vielleicht auch so da gibt es Leute die fühlen es gar nicht so ich persönlich finde und da rede ich von eigenen erfahrungen dass wenn der vater in dem moment nicht mit dem kind aufwächst sprich wenn dann sich die Leute getrennt haben und im schlechten auseinander gegangen sind da wird es immer hetze reingeben von wegen ja dein vater das und das gemacht dein vater dies und jenes gemacht und das kind müsst ihr euch vorstellen dass das baut so ein bisschen darauf auf dass die mutter halt die wahrheit sagt ob es jetzt die wahrheit ist oder nicht das ist jetzt selber dahingestellt weil jedes kind denke ich einfach mal kommt dann irgendwann in die teenager phase wo wo es dann sich fragt okay ich muss es selbst oder ich muss es für mich selbst halt einfach herausfinden ob es stimmt oder nicht ob der vater halt ein arschloch ist oder nicht denn es gibt auch viele mütter nicht alles sind so ich weiß es gibt viele mütter die halt einfach das kind fernhalten von dem vater also einfach dieses scheiße erzählen und ja der will dich eh nicht und so weiter und so fort und der vater bemüht sich so ein bisschen ums kind aber das kind distanziert sich halt ein bisschen so so gibt es oft so fälle wo dann der vater sagt okay gut ich hab's versucht ist halt scheiße so fack drauf gibt sehr viele fälle davon und ich will zum ersten das ist der erste punkt nicht dass wenn er beziehung anfängt eine beziehung kann immer in die brüche gehen ja aber ich will nicht und das ist in einer beziehung so endet das mädel wird schwanger und das kind kommt auf die welt vielleicht macht man die ersten zwei jahre so mit dem kind noch so durch so und man lebt noch zusammen dies das jenes und dann kommt irgendwann die trenne und dann lebt das kind halt bei der mutter logischerweise so also warum eigentlich logischerweise keine ahnung es ist halt einfach so das kind wächst eigentlich wenn die mutter nicht mit drogen zu tun hat oder alkohol oder irgendwas dergleichen was scheiße für das kind das wohl ist wächst das kind eigentlich zum größten teil immer bei der mutter auf also ich kenne kein beispiel wo es anders war ist halt irgendwie so keine ahnung warum das so ist also ich thematisiere das jetzt nicht oder kritisiere auch nicht es ist halt einfach so keine ahnung auf jeden fall was ich damit sagen will das kind wächst dann bei der mutter auf zum vater hat es dann keinen kontakt kann sein muss nicht ich weiß ja der vater bemüht sich drum bezahlt vielleicht unterhalt und sieht das kind trotzdem nicht weil die mutter das einfach nicht will und in vielen fällen ist es so dass der vater dann jugend am technisch gar nicht darum kämpft sondern sich zurückzieht und sich so denkt ja naja scheiß drauf ist okay irgendwann wird das kind erwachsen so und kommt vielleicht von alleine auf mich zu und wenn es gut läuft kommt das kind dann auf den vater zu es wird alles aufgeklärt okay gut die mutter ein bisschen mist erzählt blablabla ist halt alles scheiße gelaufen okay gut neu anfangen kann sein muss nicht ich weiß und da gibt es noch fälle wo der vater sich auch im nachhinein nicht darum kümmert und einfach sagt ja die keine ahnung hat einfach nie bock auf ein kind weiß ich halt nicht hat nie unterhalt bezahlt vielleicht ja doch aber hat halt die interesse am kind kann alles möglich sein das oft das will ich gar nicht hinaus also eigentlich will ich schon darauf hinaus aber nicht so in dem jetzt in dem aushol ding wissen wir man das ding ist dass viele kinder das ist auch eine sache die ich halt in dem punkt kritisiere viele kinder leiden darunter so ein bisschen die leiden halt darunter so es gibt oft aspekte wo die leute halt sagen ja ja scheiß drauf so da kommt halt ein neuer stiefvater ins leben ist schon okay dies das alles okay und das kind fragt sich halt irgendwann so warum ist es gescheitert ist es ist die beziehung damals wegen mir gescheitert so oder was also ich war halt schon sehr oft in dieser situation wo ich mir halt so gedacht habe okay an was hat es gelegen soll ich mein gut bin mittlerweile erwachsen und kennen die hintergründe beiderseits tatsächlich von mutter und vater whatever mittlerweile ist mir das ganze thema sowieso egal ich bin was das angeht kein unbeschriebenes blatt aber darum geht es ja nicht so ich komme ja damit klar das ding ist ich finde halt einfach dass wenn dieses mutter vater ding so eskaliert und das kind sich so denkt bei wem soll ich jetzt groß werden bei mutter oder vater ich meine ich mag beide und so und da gibt es immer wieder stress und das kind steht zwischendrin muss man nicht drüber reden ist eine scheiß aktion so und dadurch dass ich weiß ich weiß es einfach zu 100 prozent gut zu 99 prozent dass beziehungen eigentlich nie für immer halten es gibt immer beziehungen die die gehen halt ein paar jahrzehnte lang ist okay sind die ausnahmen so aber in den meisten fällen vor allem in dieser generation ist es so dass die leute sich trennen weil es einfach ist die leute trennen sich und sagen tschüss haben dann den nächsten partner und es ist für alle beteiligten okay die meisten leute sagen ja keine ahnung menschen kommen menschen gehen tschüss aus früher war das ja etwas anders da konnte man nicht einfach sagen ja du ich habe keinen bock mehr auf dich ich habe bock auf einen neuen sexpartner whatever oder habe bock mich mal in wen anderes zu verlieben oder keine ahnung was da war das alles ein stück weit schwerer vor allem für frauen muss man dazu sagen so und trotzdem hat es ja nicht die beziehungen unendlich lang gemacht dann gäbe es diese möglichkeiten oder hätte es diese möglichkeiten früher gegeben so rum dann wäre wahrscheinlich die situation etwas anders abgelaufen wissen was ich meine weil nicht immer sagt man ja damals noch wo oma und opa gelebt haben die waren für immer und ewig zusammen weil sie es wollten die haben sich einfach nur daran gewöhnt dass es halt so ist wie es ist dass man drum kämpft so ja oder halt dass man halt die dinge etwas lockerer angeht und so und zusammenhält whatever keine ahnung ich habe nicht in dieser zeit gelebt auf was ich aber hinaus will sage ich heute sehr oft aber ist egal auf was ich heute hinaus will dadurch dass beziehungen da ich der meinung bin dass beziehungen heutzutage wegen jedem kleinen scheiß träg einfach in die brüche gehen wegen eifersucht auch die person zockt zu viel acht die person hat eine andere person hinterher geguckt und die person hat ein bild gleich von irgendeiner person das sind alles so wenn ich mehr so da wirklich gedanken drüber nachdenke ich mir so alter wegen kindergarten scheiße ihr erschwert euch wirklich dass ihr für immer zusammen bleibt bekommt kinder heiratet vielleicht verlobt euch und heirate dann keine ahnung hat eine wohnung zusammen macht dies das und jenes zusammen tausend interessen die ihr habt und dann kommt so eine lapale wie eifersucht ins spiel ich meine eifersucht kann auch krass sein also sowohl für die person die eifersüchtig ist als auch für die person die das die der gegenpart ist also klar und ihr wisst was ich meine denke ich war trotzdem wegen vielen lapalien wird eine beziehung beendet ja ich habe mir gedanken gemacht ich habe keine gefühle mehr für dich ja ich mache schluss mit ihr dann findest du als derjenige der verlassen wurde heraus und die person hatte noch monate später gefühle für dich hat sich einfach nur von dir distanziert einfach nur um dass diese gefühle abbauen dass das weniger wird so dann frage ich mich doch so warum bleibt man da nicht zusammen und gibt halt einfach sein bestes kämpft halt weiter drum die antwort ist ja die oder haben einfach keinen bock mehr zu kämpfen blablabla ist okay will ich auch gar nicht thematisieren das ist auf jeden fall punkt eins weil es halt immer ein bisschen schwierig ist was beziehungen betrifft weil sie halt auseinander gehen so ist wahr ein dummes beispiel aber ich sehe das halt einfach so ich möchte wenn ich ein kind habe mit dem kind aufwachsen ich will sehen wie wie es in den kindergarten geht wie es in die schule geht wie es die ersten pickel bekommt was fakt ist also bei den meisten fällen jedenfalls wie es den ersten ausrasser hat erst mal verlieben liebeskummer von mir aus das erste mal besoffen heimkommt ich will es halt erleben und nicht irgendwie ein geldgeber spielen hört sich bitter an wirklich bitter aber die meisten typen die unterhalt zahlen unterhalt sehen das kind im prinzip nie sehen es nie und das finde ich halt extrem scheiße klar jetzt kommt wieder kommen wieder eine die ein oder andere leute an sagen ja keiner zwingt dich dazu ein kind auf die welt zu setzen blablabla 100 prozent stimme ich euch total zu absolut trotzdem ist es wenn das kind erst mal da ist kacke wenn man nicht mit dem kind aufwächst das ist punkt nummer eins so fast siebzehn minuten gelabert und naja ich bin immer noch bei punkt eins wo whatever punkt zwei warum ich keinen kinderwunsch habe ist einfach es ist leichter gesagt wenn man das noch nicht hatte ich weiß aber ich bin halt momentan lässiger typ und wird lässig meine ich faul und mit faul bei nicht scheiße faul zudem will ich meine youtube videos ab wenigstens ab und super machen ich meine es hat das hat jetzt nichts mit kindern kriegen zu tun ich weiß aber vielleicht ist dieses lotter leben halt einfach für mich selbst führen dieses zocken ja kurz mal eine nacht durchsaufen ein bisschen musik hören ein bisschen deprimiert sein depressiv sich zurückziehen und so und wenn du halt ein kind hast ich sehe es immer wieder bei freundinnen von mir also bei damen die ich halt kenne sagen immer wieder ja ich habe schon seit zwei jahren kein alkohol mehr getrunken habe schon seit zwei jahren keine disco mehr besucht ich kann nachts nicht mehr so lange wach bleiben weil ich endlos müde bin ich kann dies nicht mehr das nicht mehr jenes nicht mehr blablabla und sind da extrem abgefuckt so abgefuckt dass viele nicht alle aber viele die jetzt diese abgefucktheit einem kind halt auslassen wisst ihr was ich meine die lassen dann diese abgefucktheit am kind raus sind extrem gestresst das kind wird älter und ist ein total schreiendes kindern sind andauernd genervt vielleicht kommt gewalt ins spiel was man halt wie gesagt nicht pauschalisieren kann es gibt auch gute eltern die das ganze stress ding halt gut unter kontrolle haben kommt halt auf den mensch drauf an aber trotzdem ist es in den meisten fällen so dass viele leute halt einfach abdrehen weil sie halt einfach damit nicht vertraut sind so die bekommen ein kind sagen ja gutes kind war ungewollt scheiße jetzt ist es da ich lieb es trotzdem so was ich gut finde und sehr wichtig aber irgendwann kommt der punkt wo dann die eltern extrem abgefuckt sind so und ich will halt nicht in so einem level ankommen deswegen viele sagen immer amt hol dir doch wieder eine katze oder einen hund und so ist ja alles schön und gut wäre total schön ein hund hier zu haben und eine katze und so habe ich auch schon darüber nachgedacht einfach mal ins tierheim zu gehen und mich da ein bisschen schlau zu machen so und weiß ich nicht wie für mich einen begleiter zu holen aber ich will halt und das ist ein sehr wichtiger punkt was viele vergessen ich möchte wenn ich mir ein tier zulege was nichts mit kindern zu tun hat ich weiß aber rein was das thema aufmerksamkeit und zuverlässigkeit und sowas betrifft will ich nicht einfach ein lebewesen bei mir haben wo ich sage auch ja wenn ich bock drauf habe kümmere ich mich drum wenn ich kein bock habe dann halt nicht so weil wenn du ein lebewesen hast wie ein hund oder eine katze oder also ein baby halten kind also dieses zuverlässigkeits ding wo du halt einfach zu 100 prozent da sein muss da will ich halt einfach nicht zurückstecken klingt mega egoistisch aber ich mache ja keinen hyper hyper party mäßiges ding das ist ja nicht mein ding aber wenn ich halt einfach extrem abgefuckt und depressiv bin dann will ich mich auch mal eine nacht über besaufen und ich irgendwie das gefühl haben oh scheiße ich mache irgendwas falsch so ich habe ein kind das darf ich dem kind nicht vor leben denn ich bin so ein mensch ich würde dem kind halt nicht vor machen wir dann heimlich halt trinken oder halt wieder woanders halt also nicht vor dem kind bist du welch mein also keine ahnung also ich würde es so nicht machen so ich will halt nicht zurückstecken das ist punkt nummer zwei und ich finde das ist auch für mich persönlich ist es eigentlich korrekt wenn ich so eine aussage treffe für mich dann lieber so im vorhinein sagen ey du ich will halt nicht zurückstecken und will halt aber auch nicht egoistisch dem kind gegenüber sein wie wenn man dann sagt ja scheiß drauf vögeln wir einfach los oder ohne gummi oh jetzt ist es passiert keine ahnung und später bereut man sondern wird total aggressiv und schreit rum und das kind bekommt alles ab das hat das kind nicht verdient ja und punkt drei ist halt einfach abgesehen von dem zurückstecken was das soziale betrifft und interessen und da ist der finanzielle aspekt und ich glaube der finanzielle aspekt ist viel werden mich vielleicht hassen dafür keine ahnung aber für mich ist der finanzielle aspekt einer der wichtigsten aspekte im leben viele sagen jetzt ja aber guck mal scheiß aufs geld liebe ist das wichtigste ganz ehrlich was nützt dir im prinzip diese liebe die du dem kind geben kannst wenn das kind im prinzip im dreck aufwächst wenn 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 das wenn wenn die kohle immer knapp ist wenn das kind fast food fressen muss was extrem billig ist ja wenn es in der schulzeit nicht mit schwimmen gehen kann nicht auf ausflüge gehen kann wenn es immer hinterher hängt was papier geld betrifft bücher betrifft material betrifft bäppchen hefte bla 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 ja die kinder werden älter irgendwelche anderen kinder die halt eine bessere familien situation haben was das finanzielle betrifft bekommen das spielzeug das spielzeug das spielzeug jenes hin und her und das kind sitzt dann da hat dann im prinzip das jetzt nicht also die neuesten sachen beschwert sich leute ich kann diesbezüglich von eigenen erfahrungen reden meine eltern haben finanziell immer versucht das beste herauszuholen muss man auch dazu sagen also meine meine mutter und mein schiefvater halt die haben immer versucht das beste herauszuholen aber es war halt einfach abfacken für alle hey die leute haben plötzlich keine ahnung als beispiel eine ps3 bekommen oder ne oder ja gehen wir nicht davon aus dass eine ps3 sein irgendwas halt irgendwas krasses halt und ich halt nicht weil es finanziell halt einfach scheiße war insgesamt und was ist dann passiert naja was ist passiert keine ahnung hat mich scheiße gefühlt hat mich aufgeregt von wegen ja die anderen leute haben das und das was habe ich fakt ist ich hatte ein warmes essen ich hatte frische klamotten ich hatte also der haushalt war sauber ich hatte ein dach über den kopf ja der immer waren um mich wurde sich schon ein bisschen gekümmert auch wenn es zwischenseitig stressig war zu dritt also ne ich habe ja noch zwei geschwister ist klar aber es war halt früher halt einfach etwas stressiger aber fakt ist die grunddinger haben gepasst irgendwie so und trotzdem da kann man keiner reinreden weil es das fakt wenn du dem kind nicht finanziell irgendwas bieten kannst und ich rede nicht davon ja man schickt das kind irgendwo in irgendwelche kurse rein wo nur so reiche leute reingehen sondern von den normalen sachen jetzt sagen einige vielleicht wieder ja aber guck mal sowas wie ausflüge und schwimmen gehen und so bla 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 das kann man ja beantragen so aber ganz ehrlich das ist so viel arbeit so viel papierkram arbeit wo oftmals einfach scheiße ist ich sag's euch in meiner kindheit war ich selten auf ausflügen mit weil es halt finanziell nie gepasst hat ich ganz ehrlich ich habe sowieso lieber zu hause gesessen habe gezockt wie wenn ich da in irgendeinem park mitgegangen bin das klingt zwar ein bisschen dämlich aber naja da haben gesagt ja komm scheiß drauf bleib zu hause und ich habe halt gezockt playstation 2 gezockt habe es halt viel lieber gemacht was sagen warum zu kutschieren mit irgendwelchen leuten die ich eh nicht mag klar ich war sowieso immer ein einziger irgendwie ist egal hat nichts mit dem video zu tun das ding ist und da will ich auf den punkt kommen wie gesagt das eine ist halt einfach dieses mutter vater ding was halt oftmals nicht passt weil die beziehung halt einfach abbricht zweiter punkt ist dann einfach dieses zurückstecken ding viele vollenden dann in einer art burnout was kacke ist was das kind dann abbekommen könnte punkt 3 ist der finanzielle aspekt ja ich bin ich wohlvermögend oder irgendwas diese drei punkte sind einfach ich bin ich keine ahnung irgendwie keine ahnung habe nicht dass das geld dick unter dem kissen liegen sowieso nicht ich komme gerade so alleine gut klar ja punkt 2 ist halt einfach wie gesagt das ganze ding ich will nicht zurückstecken ding und ich glaube ich bin selbst wenn ich 25 bin noch gar nicht bereit für ein kind eigentlich der letzte punkt den ich halt vorhin als ersten punkt aufgezählt habe oder aber ist halt wie gesagt ich bin der festen überzeugung dass eine beziehung dass wir das heiraten noch ein kind kriegen oder zwei kinder kriegen eine beziehung nicht festigt null zu null prozent wenn es in der beziehung russchelt oder beziehungsweise kracht da kannst du dann kannst du millionen von gemeinsamkeiten und interessen teilen der sex kann perfekt sein grandios die beziehung kann wunderschön sein die liebe kann endlos tief sein wenn es in der beziehung nicht mehr passt die liebe nicht mehr passt dann heißt es auf wiedersehen die person geht und ich will so kein kind aufziehen und ich finde auch das ist eine meinung die man respektieren sollte finde ich und ich habe und damit schließe ich das video wirklich ab in meinem leben noch nie den zeitpunkt gehabt wo ich gesagt habe aus scheiße ich glaube jetzt ist ich schwanger ich habe meinen ganzen beziehungen und das ist will talk wenn ihr damit meine ex von den reden könntet rein theoretisch würden die das ich hoffe doch bestätigen ich wusste den eigentlich den einsprung man kennt den den einsprung von den leuten ich wusste wann sie die tage bekommen waren nicht ich habe alles zehntausend mal überprüft und vor allem ich selbst habe verhütet was das wichtigste ist also keiner weder ein typ noch eine frau kann sagen ja ich wusste ja nichts davon keine ahnung denn typ weiß wenn ein gummi aufzieht oder wenn er vor dem dingens rausgeht aus der frau das weiß er und die frau weiß ob der typ ein gummi hat oder ob der typ generell verhütet oder nicht kann man keiner sagen das wusste ich jetzt nicht oder da war jetzt alkohol im spiel das wusste ich jetzt nicht das sind alles so ausreden halt man muss sich immer bewusst sein dass da was passieren kann und sich dann so hinstellen von wegen ja ich kann für das kind nicht gut da sein weil ich wollte es ja eigentlich nicht und ja das da bin ich ja gar nicht schuld dran denn wenn man nicht bereit ist für ein kind dann sollte man es und ich rede nicht vom abtreiben weil ich gebe das kind eine pflegefamilie wo es vielleicht besser hat denn viele leute können keine kinder bekommen und so und sie wünschen sich ein kind und da ist sowas halt dann einfach viel viel besser klar ist keine umständlichkeit kann umständlich sein mein gott ich kenne mich mit dem thema mit mit adoption und der ganze ding mit weisenhaus und weisenhaus habe ich weisenfamilie gar nicht ich habe mich da nie wirklich aktiv mit beschäftigt aber ist egal also das ist so meine meinung ich weiß nicht wie eure meinung dazu ist ihr könnt mir gerne eure meinung in die kommentare schreiben mir war es wichtig dieses video zu machen hatte ich mal bock drauf und ganz wichtig schreibt mir gerne mal themen vorschläge in die kommentare ich habe es bei instagram versucht auf dem community tab irgendwie kamen da nicht wirklich viele themen vorschläge rein ich suche zurzeit themen vorschläge von euch ich brauche neue themen für diesen youtube kanal also da würde ich sagen danke schön dass ihr reingeguckt habt schreibt mir eure meinung in die kommentare lasst im video gerne eine bewertung da und da würde ich sagen wir sehen uns hören uns beim nächsten was auch immer ich machen werde und ja ich wünsche euch auf jeden fall eine schöne woche schönes wochenende wann auch immer ihr das video guckt aber die sagen bis dann ciao und servus